Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reise in die gar nicht mal allzu ferne Vergangenheit, auf die ich euch heute mitnehmen möchte. Wisst ihr, es ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man als neuer Entwickler sagt, wir stützen uns auf einen Namen oder ein Konzept, das es vorher schon einmal gegeben hat, oder sagen, wir kommen von diesem Namen und diesem Konzept und entwickeln jetzt einen geistigen Nachfolger. Das ist in der letzten Zeit immer mal vorgekommen mit einer Videospielreihe, von der ich das als letztes erwartet hätte, dass es mal passieren würde, nämlich mit Stalker. Und es ist nun tatsächlich ein Spiel rausgekommen auf Steam von Vostok Games, das sich Servarium nennt. Und wenn man über dieses Spiel spricht, dann kommen wir zwangsläufig nicht darüber hinweg, mal über ein anderes Studio und ein anderes Spiel zu sprechen, das eng damit verknüpft ist. Wir fangen also mal mit so einem kleinen historischen Exkurs an, der auch für mich ein kleiner Schritt zurück in die Vergangenheit ist. Das war letztes Jahr im August oder September, ich weiß es nicht mehr. Ich war auf Studienfahrt in Berlin und wir waren auf der Rücktour. Und ich hab mir gedacht, ich nehme mir mal ein bisschen Lektüre am Kiosk mit für die Zugfahrt, weil es ist eine ziemlich lange Zugfahrt und da lohnt sich das schon. Und ich hab mir... Ich mach sowas eigentlich nie. Ich kaufe eigentlich nie Zeitschriften von irgendwelchen Videospielmagazinen. Mach ich eigentlich nicht, weil ich nie dazu komme, hier die zu lesen. Warum bräuchte ich die also? Keine Ahnung. Ich kann ja halt auch alles online kostenlos abrufen. Aber in dem Fall hab ich mir tatsächlich mal eine GameStar gegönnt. Ähm, weil da hatten sie jetzt grad nichts anderes und ich kenn ja die GameStar, ich guck ja immer deren Videos auf YouTube. Und man dachte mir, ja, der Inhalt sieht ganz interessant aus. Schauen wir mal. Hat die Zugfahrt auch gut gestreckt und in... Also gut überbrückt, sag ich mal. Und in diesem Magazin, in dieser Ausgabe, ich weiß leider nicht mehr welche das war, weil ich es auch nicht mehr habe. Das ist schade. Ich hätte mich jetzt gerne nochmal eingelesen. Für sowas bräuchte man das noch. Denn in der GameStar, in der Ausgabe, war ein sehr, sehr guter Artikel zu einem Thema, von dem ich schon gehört hatte. Und das jetzt wohl zum Abschluss gekommen war. Und das wurde da sozusagen nochmal zusammengefasst. Was ist passiert, wie ist der derzeitige Stand und warum ist das Ganze so dumm. Und im Prinzip ging es, war es sozusagen der Werdegang oder die Geschichte des Entwicklerstudios West Games. West Games hat auf Kickstarter ein Projekt veröffentlicht, das hieß, Arial. Es sollte ein Shooter werden, der ein geistiger Stalker-Nachfolger sein soll. Also eine frei begehbare Welt und man kann Quests machen und halt so ein Open-World-Shooter im Prinzip. Und sie haben gesagt, also die Leute von West Games, dass sie eben ehemalige Game Designer von Spielen wie eben Stalker und Metro Last Light und so weiter sind. Und das deswegen auch umsetzen können. Daraufhin folgten aber diverse, naja, kontroverse Nachrichten um dieses Projekt herum. Erst kam irgendwie so ein Fake-Brief von Wladimir Putin auf, wo Putin West Games, die sind ja auch irgendwie dort in Osteuropa stationiert, ich weiß jetzt leider nicht in welchem Land, in Russland glaube ich direkt nicht. Aber West Games hat wohl angeblich, angeblich, einen Brief von Wladimir Putin bekommen, dass er sich total freut, dass sie dieses Spiel machen. Seine Tochter fährt auch total auf das Spiel ab und dass es doch besser ist, wenn Leute ihre Konflikte oder andere Dinge mit Waffen in solchen Spielen ausleben und eben nicht in der realen Welt. Das mal so hingestellt zu einer Aussage, die dieser Mann getroffen haben soll. Dass dieser Brief nicht echt ist, darüber wurde direkt spekuliert, man weiß es nicht, aber meine subjektive Meinung dazu ist, dass er nicht echt war. Ich weiß nicht, warum Putin ein Interesse an diesem Spiel, das noch nicht mal ansatzweise fertig war, gehabt haben soll. Naja. Auf jeden Fall war das so das erste Problem, beziehungsweise der erste seltsame Punkt, der damit so mit dem Spiel so in Verbindung gebracht wurde. Dann meldeten sich eben auch mal Entwickler zu Wort zu diesem Team, zu diesem Entwicklerteam West Games. Nämlich unsere Leute, die hier Savarium gemacht haben, die von Wostok Games, die haben dann gesagt, dass die von West Games Betrüger sind und euch nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Dass die überhaupt nicht mit dem kleinen Team die Ressourcen hätten, ein so großes Spiel wie das, was Ariel werden sollte, aufzubauen. Und Wostok Games hatte zu diesem Zeitpunkt eben auch schon Savarium, ihren eigenen geistigen Nachfolger zu Stalker in der Pipeline. Ob das Ganze jetzt ein ernst gemeinter Aufklärungsversuch war im Sinne von gebt diesen Leuten kein Geld, die sind Betrüger, ob die nun wirklich helfen wollten, oder ob sie einfach nur den Ruf schädigen wollten von West Games, damit ihr eigenes Spiel, also Savarium, am Ende besser dasteht. Das steht in den Sternen. Auf jeden Fall waren es nicht die einzigen, die sich dazu gemeldet haben, denn auch der ehemalige Publisher von Stalker hat sich gemeldet und gesagt, dass die von West Games Betrüger sind und man denen für dieses Projekt kein Geld geben sollte. Und es hat sich letztendlich auch so in gewisser Weise bewahrheitet, denn die Kickstarter-Kampagne zu Ariel, die ist zwar vollends gebackt worden, aber irgendwie haben die wohl gegen die Kickstarter-Richtlinien verstoßen und somit wurde ihre Kampagne gekippt und sie haben das Geld nie bekommen. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, es ist auf jeden Fall so ausgegangen. Und sie haben dann eben gesagt, das wirft uns nicht zurück. Sie haben eine eigene Spendenaktion auf ihrer Website gestartet und irgendwie auf einer anderen Crowdfunding-Plattform, kann auch Indiegogo oder so gewesen sein, keine Ahnung, haben sie einen zweiten Versuch gestartet. Allerdings jetzt nicht mehr unter dem Namen Ariel, sondern unter dem Namen Stalker Apocalypse. Und das ist kein Copyright-Problem, denn Stalker schreibt sich ja immer mit Punkten dazwischen. Ich habe auch nie verstanden, warum. Das ist wohl irgendwie eine Abkürzung für irgendwas, keine Ahnung. Aber aus S-Punkt, T-Punkt und so weiter bildet sich dann eben der Name Stalker. Und dieses Spiel heißt eben einfach Stalker ohne Punkte dazwischen Apocalypse. Somit ist das eine Art Grauzone, wobei sie immer noch darauf beharren, dass sie einen geistigen Nachfolger zu Stalker machen wollen. Das ist der derzeitige Stand von West Games. Ob es dort noch irgendwie was Neues gab, weiß ich nicht. Das ist jetzt aber auch nicht wichtig. Ihr habt jetzt aber mal den Hintergrund, was so der Konflikt von West Games und Ariel, beziehungsweise Stalker Apocalypse, und Vostok Games und ihr eigenes Spiel Severium darstellt. Das ist so der Hintergrund, den es dafür gab und der Konflikt, der sich daraus entwickelte. Das Ganze baute sich irgendwie ein bisschen auf gegenseitiger Verleumdung und Lügen auf und ist auch ein bisschen traurig, gerade für den Namen Stalker. Ich meine, ich persönlich mochte die Stalker-Spiele nicht, aber viele andere tun das. Und ich hätte es nicht gut gefunden, wenn da sich so zwei Studios und dann mischt sie auch noch der Publisher ein von der alten Reihe, die ich gut fand, weil das ist ja irgendwie nicht das richtige, das rückt ja irgendwie das Franchise nicht in das richtige Licht, so wie ich es gerne in Erinnerung behalten hätte. Damit habt ihr dann jetzt schon mal den Hintergrund, auf dem Severium entstanden ist. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Spiel, beziehungsweise diesen geistigen Nachfolger zu Stalker an. Vorher muss ich euch noch darauf hinweisen, dass dieses Spiel noch im Beta-Status ist, aber weder auf der Steam-Page noch irgendwo anders richtig darauf hingewiesen wird. Das heißt auf Steam halt einfach nur Severium und es ist auch nicht im Early-Access-Programm oder so. Es, bis auf, wenn man nicht ins Update-Log guckt oder einige Hinweise, die im Spiel sind, wüsste man es nicht. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob sie es einfach vergessen haben. Es ist auf jeden Fall noch eine Beta und kein voller Release. Das sollte dabei im Hintergrund behalten werden. Und was ist Severium? Severium ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Shooter. Und jetzt dürft ihr mir erklären, wo genau ein postapokalyptischer Multiplayer-Shooter ein Nachfolger im Geiste zu Stalker ist. Also mein bescheidenes Stalker-Wissen beschränkt sich eher auf diesen Singleplayer, den die Spiele immer hatten, mit der frei begehbaren Umgebung in Chernobyl, wo man sich ein bisschen umgucken konnte, wo man Quests machen konnte, wo man gegen Mutanten gekämpft hat und alles Mögliche. Ich weiß, dass die Stalker-Spiele auch einen Multiplayer hatten. Beziehungsweise sie haben ihn ja immer noch, aber dann spielt halt wahrscheinlich auch keiner mehr. Aber dafür waren sie doch nicht, die Stalker-Spiele waren doch nicht für ihren Multiplayer bekannt, oder? Ich meine, die meisten Leute haben es doch wohl wegen dem Singleplayer gespielt. Da war ich halt auch im ersten Moment so ein bisschen stutzig mit Severium, weil ich eigentlich auch dachte, wenn man gegen das Konkurrenzprodukt von West Games antritt, dass man auch eben das umsetzt, was West Games machen wollte. Einen MMO, sozusagen einen MMO-Shooter wollten die ja im Prinzip machen fast. Und das dachte ich, dass Severium das wäre, aber ist es nicht. Es ist tatsächlich ein ganz normaler Multiplayer-Shooter mit Matchmaking in kleinen Runden auf Karten. Ganz normal, keine freibegehbare Spielwelt, nix. Rundenbasierter Multiplayer. Und ja, es ist halt auch ein Free-to-Play-Spiel und daraus resultieren dann eben so Sachen mit Matchmaking und fehlender Ping-Anzeige und so weiter. Da bin ich halt immer so ein bisschen stutzig, weil ich finde, man muss dem Spieler zumindest sagen, wie gut er mit dem Server verbunden ist. Sofern es Server gibt, weiß ich ja nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ich noch nie Probleme mit Host-Migration etc. hatte. Das Spiel hat aber einige Besonderheiten, die aber nicht unbedingt gut sein müssen. Zuerst mal die Maps sind... Man hat so eine Mini-Map, die man am Rand sehen kann, wo man fast schon die gesamte Struktur der Map sehen kann. Und man sieht immer, das ist im Prinzip ein Korridor von links nach rechts. Eine sehr, sehr eckige Map, sage ich mal. Da drin ein paar verschiedene Wege, sehr verwinkelt zusammenklammbüstert und dann eben spawnen die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen und los geht's. Das ist im Prinzip das Map-Design. Okay, es reicht wohl. Es ist nicht unglaublich schrecklich, aber es ist auch sehr simpel durchdacht. Die Maps an sich sind... Also, es gab eine Map, auf der ich gespielt habe, die hieß Köln. Also, unsere Stadt Köln. Sie haben nicht den englischen Namen Cologne oder so... Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Cologne oder so reingepackt. Sondern wirklich ist Köln genannt. Und, also... Ich war ja jetzt schon mal in Köln und ich hab mir so ein paar Gebäude dort auch sehen können. Die Skyline, die um dieses Köln, um diese Köln-Map rumgemacht wurde, sieht auch so aus wie Köln. Also, da sind diese Gebäude so ganz schwammig und schemenhaft im Hintergrund dargestellt. Aber das Einzige, was die Map sonst mit Köln zu tun hat, ist, dass überall Bilder vom Fußballverein, vom 1. FC Köln hängen. Das ist alles. Ansonsten ist das eine kaputte Brücke, auf der Bäume gewachsen sind und auf der aus irgendeinem Grund Häuser stehen. Naja. Also, ich war ein bisschen überrascht, als ich tatsächlich dieses Logo vom Fußballverein da gesehen hab. Weil Köln ist nicht nur der Fußballverein. Das muss man dazu echt mal sagen. Wenn man dann das Spiel das erste Mal startet und auf die Maps kommt, kommt gleich die erste Überraschung, die das Spiel für einen bereithält. Nämlich, gleich beim ersten Bewegen fällt das auf. Die Steuerung ist extrem schwammig. Man fühlt sich immer so ein bisschen, als würden die Eingaben später kommen. Das ist aber nicht unbedingt so, weil es einfach so sich anfühlt, als würde man auf Eis schlittern. Also, sie werden nicht zu spät eingegeben. Sie werden einfach erst später wieder ausgegeben, sobald man die Taste loslässt. Es wird erst später wieder gesagt, ich laufe jetzt nicht mehr vorwärts. Zumindest habe ich das Gefühl. Es fühlt sich nicht wirklich, ja, die Rückmeldung beim Laufen ist nicht wirklich intuitiv. Und wenn man springen möchte, muss man Leertaste drücken. Dann wartet man eine Sekunde und dann springt er eventuell auch mal. Fühlt sich halt nicht sehr direkt an und folgt sich auch nicht wirklich gut. Wenn ihr dann schießen wollt, dann wünsche ich euch viel Glück, wenn ihr in den Ironsides was treffen wollt. Sie funktionieren zwar ganz normal, aber das Mündungsfeuer ist viel zu extrem. Wenn ich mit mir so ein, so ein, ja, so eine MP nehme und dann in die Ironsides gehe und auf Gegner schieße, dann ist das Mündungsfeuer so grell und so groß, dass ich überhaupt nicht mehr sehe, ob ich ihn überhaupt treffe. Also da muss man dringend nochmal ran. Das kann ja irgendwie so nicht angehen, dass ich, also ich habe tatsächlich mehr Erfolg gehabt, wenn ich einfach No-Scope drauf geballert habe. Vor allem, weil die Waffen generell nicht so unpräzise sind, wie man denkt. Das Sounddesign hat auch so ein paar Probleme, jetzt, wenn wir gerade beim Schießen sind. Also Waffensounds sind viel lauter als alles andere. Wenn ihr im Hauptmenü unterwegs seid und ihr stellt den Ton so ein, dass ihr irgendwas hören könnt von den Menüsounds und dann geht ihr ins Spiel und schießt, dann fetzt es euch gleich die Ohren ab. Dann müsst ihr runterdrehen, hört dann aber im Prinzip vom Spiel auch kaum noch was anderes als Schussgeräusche von euch oder von anderen. Von anderen nicht mal wirklich gut. Also irgendwie Ambient-Sounds der Umgebung oder Schrittgeräusche vom Gegnern zu hören, ist momentan fast unmöglich. Dann hat man natürlich beim Ballern aufgrund fehlender, ich weiß nicht, der Ping fehlt, ich weiß nicht, wie hoch er ist, aber anscheinend sind Ping und Netcode nicht gerade so in Ordnung, denn man ballert sich generell gerne mal gegenseitig ab. Und das ist etwas, was eigentlich in Shootern so nicht passieren sollte. Wenn man dann gestorben ist, weil man sich gegenseitig erschossen hat oder weil man erschossen wurde, dann spawnt man nicht irgendwie random auf der Map, darum sind die auch so Korridore, sondern man spawnt wieder ganz hinten im Spawn und muss erstmal nach vorne rennen. Es gibt also keine zufälligen Spawns. Ähm, Spawn Trapping ist nicht möglich, also es ist so ein bisschen blöd gelöst. Also ich bin halt nach vorne geprescht, hab Gegner um Gegner gekillt, stand dann im gegnerischen Spawn, aber das wird mir nicht angezeigt. Der Spawn-Bereich und auch der Spawn-Schutz, der wohl in gewisser Weise manchmal existiert, manchmal auch nicht, aber es wird auf jeden Fall beides nicht signalisiert. Es wird auf der Minimap kein Spawn-Bereich angezeigt und es gibt auch keine Silhouette irgendwie um die spawnten oder spawnten Gegner herum. Die zeigt ja am Spawn-Schutz. Ich schieße auf sie, nichts passiert, der Typ rennt auf mich zu und knüppelt mich um, weil er weiß, er hat Spawn-Schutz. Und da wusste ich halt nichts von. Aber es gibt es auf jeden Fall. Spawn-Trapping ist also nicht möglich. Was das Spiel auch noch als Feature hat, ist Blutung. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir in so einem MMO-Shooter vorstellen könnte. Warum es hier jetzt drin ist, weiß ich nicht. Das heißt, wenn ihr jemanden erschossen habt und ihr wurdet aber auch getroffen, dann blutet ihr und verliert noch kontinuierlich HP, solange ihr blutet. Das hört irgendwann auf, kann aber ordentlich HP ziehen. Und da es keine HP-Regeneration gibt, ist das natürlich doof, wenn ihr legit einen Gegner gekillt habt und dann gehen eure HP trotzdem noch weiter runter. Das könnt ihr, ihr könnt die Blutung stoppen mit Medipacks, die ihr als einmalige Käufe im Shop nachher kaufen könnt für Ingame-Währungen. Das heißt, die kosten nicht so viel, dann kauft ihr euch so ein Medipack und dann könnt ihr das einmal benutzen. Das heißt, ihr solltet immer ein paar dabei haben und dann wird die Blutung gestoppt. Das jedes Mal einzusetzen, ist aber doch recht kostspielig. kostspielig. Das heißt, entweder ihr sagt, ich gucke jetzt mal, dass ich noch ein paar mehr HP habe oder ihr scheißt drauf und prescht einfach weiter. Das sind so die zwei Optionen, die ihr habt. Friendly Fire ist übrigens ohne Strafe möglich. Ich habe oft Gegner gekillt, ohne das zu merken. Das tun irgendwie, auch so von anderen Leuten, die ich gesehen habe, die das Spiel spielen. viele tun das, dass sie nicht merken, dass sie gerade auf einen Verbündeten geschossen haben und dann ist der Verbündete tot. Schön. Also für Friendly Fire gibt es aktuell noch keine Strafe. Ich habe noch, ein Glück, ich habe noch niemanden gesehen, der jetzt absichtlich anfängt, sein verbündetes Team die ganze Zeit abzuballern. Aber nur um dem entgegenzuwirken, sollte man vielleicht mal daran denken, so eine Strafe einzubauen. Immerhin sind die Animationen recht okay. Es gibt sogar, wenn ihr runterguckt, also ihr seht eure eigenen Füße und ihr seht beim Sprinten sogar noch die Waffe unten. Das heißt, man hat sich bei den Körperanimationen aus der Ego-Perspektive tatsächlich mehr Mühe gegeben, als ich das bei den meisten Shootern kenne, wo eben davon überhaupt nichts existiert. Die Performance ist auch gut. Ich habe irgendwie gelesen in den Steam-Reviews, dass die Performance absolut scheiße wäre. Das ist absoluter Bullshit. Die funktioniert richtig gut. Also flüssig laufen tut das Spiel, definitiv. Sieht dafür jetzt grafisch auch nicht so geil aus, aber ich denke mal, für ein Free-to-Play-Spiel ist es okay. Aber ansonsten ist es halt wirklich nichts Besonderes. Es ist einfach ein Standard-Shooter, der sogar eben diese groben Fehler hat, also diese groben Probleme, die eigentlich essentiell wichtig dafür sind, dass das Gameplay vom Shooter rund funktioniert. Das mit den Iron Sides nervt, das mit dem Sound ist nervig, so diese Sachen. Es ist halt alles noch Beta, aber es ist momentan in diesem Zustand halt auch noch nicht wirklich fein poliert und ich hoffe, dass sie dort noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Nachdem man dann eine Runde beendet hat in den verschiedenen Spielmodi, die man aber immer erst freischalten muss, tatsächlich, ich habe also bisher nur Team Deathmatch, die paar Runden, die ich gespielt habe, spielen können und die dauern tatsächlich auch ein bisschen länger, die Runden, weil es entweder darum geht, eine Menge Gegner zu töten oder die Zeit runterläuft und meistens läuft die Zeit runter. Aber sobald man dann das geschafft hat, bekommt man Erfahrungspunkte, die eventuell einen Level-Up des Charakters mit sich ziehen, des Charakters, Entschuldigung, und gleichzeitig bekommt man In-Game-Währung. Je nachdem, ob man noch ein Level-Up hat oder was Tolles gemacht hat in der Herausforderung, die man hat, da bekommt man dann mehr oder weniger davon. Und dann kann man sich eben vor dem nächsten Kampf eine Klasse zusammenstellen, das heißt, man hat zwei Presets und die kann man jetzt mit Waffen, Kleidung, die diverse Vorteile bringen und Gadgets, die auch gewisse Sachen verbessern, reintun in dieses Loadout sozusagen. Allerdings sind die meisten Items davon einmaliger Verbrauch, gerade bei den Gadgets, also bei Waffen und Kleidung jetzt nicht, aber wenn ihr zum Beispiel, könnt ihr euch zum Beispiel ein Radio kaufen und das verringert für diese Runde euren Respawn-Timer, das heißt, ihr respawnt schneller. Das ist aber eben, wie gesagt, Single-Use. Mit den Erfahrungspunkten kann man dann, beziehungsweise mit jedem Level-Up bekommt man dann Punkte für ein Skillsystem, das hat aber wirklich mini-prozentigen Fortschritt, irgendwie zwei Schuss, zwei Prozent auf weniger Schaden einstecken von bla 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 oder zwei Prozent weniger Explosionsschaden oder zwei Prozent bis vier Prozent mehr Ausdauer, also wirklich sehr kleine Schritte, was aber natürlich auch die Matches fairer macht. Nur jemand, der wirklich lange und ausdauernd gespielt hat und schon wirklich auch ein hohes Level hat, hat dann Vorteile, die sich merklich auswirken. Das heißt, warum man es überhaupt gemacht hat, kann ich euch jetzt nicht sagen, man könnte sagen, in dem kleinen Maße ist es unnötig, aber wenn man es unbedingt reinmachen musste, dann so. So hat man wenigstens nicht allzu viele unfaire Vorteile. Und da wir uns hier in einem Free-to-Play-Spiel befinden, gibt es natürlich auch einen Shop, mit dem man eben für Echtgeld Sachen kaufen kann. Der ist aber recht transparent mit der Umrechnung, die kann man im Prinzip eins zu eins einsehen. Es ist im Prinzip so, dass ihr 100 Gold-Credits für 1 Euro bekommt. Natürlich gibt es dann wieder diese Riesenpakete, 10.000 Gold-Credits für 100 Euro. Aber immerhin könnt ihr direkt sehen, was wie viel kostet dadurch. Und das ist natürlich nett. Was ihr hier kaufen könnt, ist dann auf jeden Fall ein Premium-Account, mit dem ihr gewisse Vorteile bekommt und auch gewisse Sachen machen könnt, die ihr mit einem normalen Account nicht könnt. Der ist aber ziemlich teuer. Also wenn man sich das hier so anguckt im Shop, 180 Tage, also 6 Monate Premium-Account, kostet 45 Euro. Das ist nicht wenig. Und der ist zwar immer runtergesetzt, also der ist jetzt gerade 50% off und kostet nur noch 22,50. Aber selbst das ist noch ziemlich viel für 6 Monate. Und hier gibt es auch Pakete, die dann eben runtergesetzt sind. Da bekommt ihr zum Beispiel 5.000 Gold, also im Prinzip, ja, 50 Euro. Und 3 Monate Premium für 75 Euro. Jetzt gerade runtergesetzt auf 50 Euro. Also man kann im Prinzip die Umrechnung ganz gut sehen. Teuer ist es aber trotzdem. Zumal es im Steam-Store auch noch Pakete gibt, die ihr kaufen könnt, wo dann eben auch Sachen drin sind, wie Waffen und so weiter, die auch ziemlich teuer sind, irgendwie bei 40 Euro teilweise anfangen und so weiter. Also die wollen schon ordentlich Geld haben. Premium ist, also ein Premium-Account ist sehr teuer. Preise für Waffen sind auch ziemlich teuer. Die kosten irgendwie, keine Ahnung, es gibt auch Premium-Waffen tatsächlich, die ihr nur kaufen könnt. Und die kosten so, die günstigsten fangen so bei 2 Euro an und enden irgendwie bei 5 bis 7 Euro. Also ziemlich teuer. Das wäre ja nicht so das Problem, wenn man sie dann für immer hätte. Man hat sie auch für immer, im Sinne von, dass es kein Zeitlimit gibt. Ich hasse es ja in Free-to-Play-Shootern, wenn man sich eine Waffe kauft und dann steht da, sie haben noch 7 Tage Zeit, diese Waffe zu nutzen. Finde ich nicht gut. Was ich kaufe, möchte ich gern permanent behalten. Und das geht in Servarium schon. Allerdings nutzen sich Waffen ab und gehen irgendwann kaputt. Und dann muss man sich die neu kaufen. Wie schnell das geht, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, bei Premium-Waffen wird das wahrscheinlich genauso sein. Ich habe jetzt natürlich kein Geld dafür ausgegeben, um es zu testen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Die Preise für die Herausforderungen, die ihr machen könnt, das sind dann so Sachen, das kennt man ja, mache so und so viele Schüsse mit bla bla bla, mache das und das, so und so oft. Eben so Sachen, die man im Playstyle machen soll, die dann extra Punkte bringen und extra In-Game-Währung. Die kann man leichter machen mit Echtgeld. Also irgendwie so, man gibt 30 Cent aus und dann ist das einfacher, was man dort in dieser Herausforderung machen muss, für die In-Game-Währung. Man muss das jetzt aufwiegen, ob sich das lohnt, so In-Game-Währung gegen die 30 Cent. Der Preis, so 30 bis 50 Cent ist okay, aber das stapelt sich natürlich auch recht schnell, zumal die Herausforderungen ja, wie am Fließband, immer wieder reinbekommt. Also ich bin vom Bezahlmodell nicht so ganz überzeugt. Ob es Balancing-Probleme gibt, weiß ich nicht, allerdings habe ich davon noch nichts gehört. Und das ist zumindest was Gutes. Zumindest wirft im Spiel noch keiner vor, dass es Pay-to-Win wäre. Ja, was heißt das jetzt für uns? Also wenn ich mir Savarium ansehe, von dem, was ich jetzt gespielt habe, ich habe nicht viel gespielt, das gebe ich zu, weil ich nicht sehr viel Spaß damit hatte. Es ist halt wirklich ein Standard-Shooter, der bisher im Beta-Status noch in vielen Sachen, die andere Shooter grundlegend richtig machen und auch richtig hinkriegen, nicht richtig hinbekommt. Aber auch so sehe ich hier einfach nichts, was irgendwie das geistige Erbe von Stalker trägt. Nicht mal irgendwie am Aussehen oder so. Und da es ja auch keine Mutanten und so weiter gibt, zumindest noch nicht, vielleicht patchen sie ja mal irgendwie einen Horde-Modus oder sowas rein, wo es sowas gibt, so eine Survival-Mode für einen Koop-Multiplayer. Aber bisher sehe ich halt noch nicht viel, von dem ich sagen würde, das ist jetzt wirklich was, was mich an Stalker erinnert. Und folglich sehe ich auch darüber hinaus keinen wirklichen Grund, warum ihr Savarium spielen wollen würdet. Ich empfehle euch lieber, das darüber haben wir im letzten Podcast schon gesprochen, auf GOG.com, also Good Old Games, da läuft gerade eine Aktion, dort kann man seinen, also seine alten Stalker-Keys, falls ihr schon mal einen Stalker gekauft habt, so Retail, ohne Steam, so mit Key und so weiter, dort könnt ihr euren alten Stalker-Key eingeben, GOG hat da die Datenbanken von, und wenn der stimmt, bekommt ihr eine Download-Version, DRM-free, kostenlos von GOG, mit funktionierendem Multiplayer und weiteren Verbesserungen. Alles gratis. Ihr braucht nur so einen Code haben. Und das lohnt sich dann doch eher, als dass man sich Savarium holt, weil da habt ihr einen Multiplayer, da habt ihr einen Singleplayer und es ist auch gratis. Und ihr werdet nicht an jeder Ecke dazu angehalten, doch Geld dafür auszugeben. Also ich empfehle euch, einfach das zu machen, oder wenn ihr jetzt keinen Stalker habt, aber Stalker mal spielen wollt, dann kauft ihr euch einfach einen Stalker. So teuer sind die auch nicht. Bei GOG bekommt ihr die bestimmt auch günstig oder sonst bei Steam in dem nächsten Sale oder so weiter. Aber Savarium könnt ihr echt getrost ignorieren. Denn ich denke, selbst wenn diese ganzen Probleme, die ich gerade noch angesprochen habe, wie das schwammige Movement und das blöde Problem mit dem Mündungsfeuer, mal irgendwann weg ist, habt ihr halt wirklich nur so ein Standardding, das nichts Besonderes ist, in keinster Weise und euch halt ständig sagt, gebt mal echt Geld aus. Also da könnt ihr auch einfach jeden anderen Shooter spielen, für den ihr einmal Geld bezahlt habt und dann den kompletten Content habt. Das ist doch wohl lukrativer. In diesem Sinne, das war so meine kleine Geschichte zum ganzen Werdegang von Savarium. und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.